Perkentin, am 1. Januar 2014. Haha, falsch. 2015. Das kommt dabei raus. Ich bin aber nicht richtig ausgeschlafen. Ja, jedenfalls sind wir in Bergentin und es ist ein Jahr weiter. Das war ja ein toller Patze, aber das passiert ja wohl jedem zweiten. So früh morgens noch, morgens um 8.11 Uhr. Wir kommen aus Ratzeburg und haben da mal geguckt. Und haben die neue Kamera ausprobiert. Wie gab es zu Weihnachten? Dann haben wir sie im Nachtmodus ausprobiert und jetzt haben wir hier, hier wurde auch viel geknallt. In Ratzeburg waren das gleich mehrere, die das sauber gemacht haben. Alle aber nur am Marktplatz, medienwirksam. Und das haben wir dann auch gesehen, das ist auch gut so und das soll so bleiben. Der Kanal wird gequert. Und hier sind auch Kameras. Ja, das war gut. Dann sind wir in Gesellschaft. Wenn da Kameras am Kanal sind, dann ist es ja auch alles in Ordnung, was wir machen. Was haben wir hier, ist was zu essen? Grillhaus, Döner, Burger und Pizza. Da wollte ich auch, weil ich so letztens richtig so ein Schmacht, das war aber schon dreiviertel Jahr her, da hatte ich richtig so ein Schmacht nach so einem Döner und dann habe ich gedacht, jetzt fährst du in die Türkei. Oder zumindest Richtung Griechenland da unten drunter, vielleicht hätte ich auch noch, da hätte ich bestimmt geschärft. Aber das Problem war, ich hatte chinesische Reifen, die waren nicht so gut in der Qualität und dann musste ich in Albanien umsteppen, schon wieder umdrehen. Und dann habe ich mich wenigstens in Albanien umgeguckt, ob es da einen Döner gibt, weil da kam ich dann nicht. Und griechisches Restaurant wollte ich als Ersatz und so, dann gehst du ins griechisches Restaurant in Albanien, da wusste ja auf jeden Fall was da war. Ist ja auch dicht bei und so, dann habe ich aber mit Erstaunen festgestellt, da gibt das sowas nicht. Und dann auf dem Rückweg, dann durch Bosnien, da habe ich auch noch mal genau geguckt, in Sarajevo, da gab das eine Kepa-Bude, Kepa, aber kein Döner. Da ist mir das erst aufgefallen. Aber hier durch Bergentin, du hast ja alles, was du willst, da muss ich dann noch mal einkehren. Da wollte ich echt in die Türkei fahren, mal einen richtigen, originalen Döner zu essen. Und war nix. Erstmal bin ich nicht angekommen, aber zweitens gab es das ja auch in Albanien nicht. Stimmt. So, das war der Tag in Bergentin. 1.1.2015 und Tschüss.